Unsere Gleisbauer kennen den Arbeitsdruck, die kennen den Zeitdruck, die wissen ganz genau, dass der Kran nur eine ganz bestimmte Zeit zur Verfügung steht. Feste Fahrbahn ist ein Traum, ja. Durch den Tunnel fahren wir ja Zügel mit 250 und da ruckelt so gut wie gar nichts. Man ist dabei beim längsten Tunnel der Welt. Von mir her ist es schon so, wo ich gehört habe damals, wo die Firma gefragt hatte, war es schon was Besonderes? Dass man sagte, jawohl, man hätte Interesse damit zu wirken. Man wollte erst mal auf ein halbes Jahr, hatte ich damals erst mal gesagt, aber na gut, jetzt sind es schon drei Jahre. Ich gucke wirklich auf jeden Millimeter. Und wenn es einen Millimeter noch nach links oder nach rechts oder noch hoch, dann sage ich immer hier, das muss noch gemacht werden. Das ist vielleicht eine Berufung. Das kann nicht jeder Gleisbauer werden. Es war eine Herausforderung, weil wir halt nicht mit Maschinen arbeiten, was Betoneinbau angeht vor allem und was auch Schienenmontage, Gleismontage angeht. Das, was wir da geleistet haben, können wir, glaube ich, nach draußen ohne Wenn und Aber zeigen. Der Gotthard selber ist ja mit einer der größten Eisenbahnbaustellen der Zeit und man ist stolz darauf, dass man als junger Mann, als junger Ingenieur, als junger Mensch hier mit dabei sein durfte. Die Zunge ist eines der wichtigsten Bauteile der gesamten Weiche. Die Zunge, die gibt letztlich den Weg vor, in welchem der Zug später zu fahren hat. Es ist natürlich eine besondere Herausforderung, sich dem zu stellen, wenn man da drin steht und man sieht ein 27 Meter langes Teil, was 30 Tonnen wiegt. Es ist schon gefährlich. Also da sollte man nicht mit einer Blindheit rangehen, sondern sich der Gefahr auf jeden Fall bewusst sein. Die Zunge ist ja wenigstens. Da muss der Weichenanfang genau stimmen, also da darf es keine Abweichung geben, die ganzen Trogschwellen müssen so liegen, dass wir sagen können, da müssen wir nicht noch mal ran, weil das Teil ist 27 Meter, wenn das einmal liegt, können wir es nicht mehr so schnell bewegen. Und deswegen sind wir auch immer wieder, sag ich mal, wenn die Weiche liegt, wenn der vom Messer es eingemessen hat, der sagt, jawohl, passt alles, dass wir sagen, dann fällten wir erst einmal ein Stein von Herzen. Wir standen alle unter Strom und unter Zeitdruck und wir sind mit gutem Gewissen aus dem Tunnel gefahren am Abend. Nichts zu schaffen sagen wir nie, es gibt immer Lösungen und die haben wir bis jetzt immer getroffen und die, das haben wir, ziehen wir auch so durch. Ich würde sagen, wir sind zusammen auf einen Tanker, also das ist jetzt, wir sind zusammen in einem Boot und wir versuchen die Sache auch zusammen zu meistern. Ich habe selbst so eine Baustelle erlebt, die wie im Schlüchen läuft, also wie diese Baustelle. Sind wir erfolgreich für das Unternehmen, dann sind wir erfolgreich für den Bauherrn, dann sind wir erfolgreich für dieses Projekt und ich wünsche allen unseren Mitarbeitern, dass sie am Ende des Tages, am Ende des Projektes gesund und munter nach Hause kommen und stolz sein können auf die Arbeit, die sie hier gemacht haben. aus dem sein Google wiederOUT когда destw 24. ey ich l Heat weg we weg weg weg